Leute, 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 ich grüße euch herzlich zur ersten Final-Folge vom YPC-Bang-Finale und wir sind tatsächlich in Spanien gelandet. Turkelton. Wir sind in Spanien. Ja, das Thumbnail hat überhaupt nichts verraten. Nicht nur das Thumbnail hat nichts verraten, sondern auch sonst niemanden. Grüße gehen raus. Nein. Ich muss ja am Anfang sagen, erst mal schön, dass ihr alle da seid. Wir nehmen heute um 1.23 Uhr auf. Ist so, Alter. Das machen wir nur für euch, dass kein Gemecker kommt. Seit der Live-Chat ist es weniger Lametta. Deswegen auch um 1.23 Uhr machen wir eine Folge, Leute. Aber der Live-Chat war Pugels Lametta, Alter. Der war Pugels Lametta, Alter. Wir hatten Stargäste am Start im Chat. Das ist so richtig geil. Schöne Grüße gehen raus. Und es war so viel los. Und das bis tief in die Nacht, bis zum Ende der Folge. Wir haben gedacht, wir streamen vor fünf Leuten oder so. Ja, das hätte ich ja nicht. Also die fünf Uhr eingeschlafen sind irgendwie. Aber die waren wirklich bis um, waren wir fertig, Viertel nach oder was? Ja, Viertel nach eins. Das war echt krass. Und ich musste halt lange arbeiten, 22 Uhr. Und dann sind wir an 22.30 Uhr live gegangen. Dann sind wir noch ins Quatschen gekommen wegen Fußball und so. Das machen wir heute jetzt nicht mehr. Also falls ihr Fußball-Talk gucken wollt, guckt euch den Live-Chat an. Spart euch die Kommentare. Spart sie euch. Ich will nichts hören heute. Ich will heute nichts unter... Kein einziger FC Bayern-Kommentar will ich diesmal unter dem Ding sehen. Ich sag's euch. Ich lass das. Guckt euch einfach nach... Zieht euch die erste halbe Stunde vom Live-Stream an. Da wisst ihr alles. Nein, schaut's euch nicht an. Erst technische Probleme und dann törkelten, Alter. Ach, sehr schön. Ihr müsst euch dabei aber auch den Chat gönnen. Das dauert bei YouTube, wenn er ein bisschen noch angezeigt wird. Wenn er verarbeitet wird, dabei den Chat auch noch gönnen. Ich schäme mich da immer so ein bisschen danach. Ich schau mir das immer danach an und denke mir so... Alter, du bist 36. Alter, hab dich nochmal ein bisschen im Griff. Oh, ist das alles so peinlich, ey. Pure Emotion. Du bist halt ein wacher Fan. Bist halt ein wacher Fan. Ja. Bist halt ein wacher Fan. Aber jetzt reden wir über das Finale. Meine Tastatur ist kaputt, Leute. Ist kaputt. Ich hab... Ja, ich hab mir auch aus Versehen dieses Red Bull drüber geschüttet. Heute? Wo ich dann der Webcam... Ja, jetzt hast du... Hast du das nicht mitbekommen, dass ich mich dann so beschwert hab? Ich hab nur gehört, dass deine Webcam kaputt gegangen ist. Ich hab meine Webcam... Wir hatten Webcam-Probleme technische. Und dann bin ich aufgestanden und mein Bauch ist mal halt im Weg. Und hat halt wirklich die Dingflasche um... Also diese Dose wirklich über die komplette Tastatur laufen lassen. Und da ist der PC abgestürzt danach. Geil, Mann, Alter. Oder so, keine Ahnung. Aber sie funktioniert doch halbwegs, glaube ich, hoffe ich. Wie gut ist das denn, Alter? Das wusste ich gar nicht. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab mich mehr um den Chat gekümmert. Hast du mich nicht kluchen gehört die ganze Zeit? Doch, aber ich dachte, es ging nur um die Kamera, weil du den Treiber neu installiert hast. Und all so ein Krams. Deswegen... Alles. Alles. Und auf einmal ging sie plötzlich wieder. Einfach so. Das war... Das war crazy. Das war crazy. Das war einfach Karma. Ja. Einfach Karma. Und deswegen gehen wir jetzt ins Finale rein. Wir haben ein neues Regelwerk. Spanien, lass uns noch schön über Spanien reden. Okay. Spanien. Ich war anderwärmend. Ich dachte mir so, wir haben uns ja die wildesten Sachen überlegt. Ich wusste ja dann schon wegen der Angelmesse, was es war. Aber ich dachte mir so, ja, vielleicht fahren sie in die Staaten, irgendwie Alligator-Angeln oder so, oder keine Ahnung, nach Helsinki oder so, Eisfischen oder so. Irgendwas ganz krasses. Ich war im ersten Moment so echt enttäuscht. Spanien? Aber ich muss sagen, hat sich da noch alles gelegt, weil es ist einfach mega geil, wo die da sind. Das war so schön, Alter. Unglaublich, was die da begeilte Spots rausgesucht haben. Ich bin sicher, schreibt mir in die Kommentare, aber ich glaube auch da, ich glaube, das haben sie sogar im Podcast gelegt, dass sie da auch bei PCBs fischen werden. Achso. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann aber sein. Ich habe das auch auf der Angelmesse gehört und gerade gelegt. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ey, ohne Witz, es ist bortreiche vier Seen an der Zahl und so schöne, strukturreiche Gewässer mit allen Sachen, tiefen Gebieten, Flachgebieten, Krautgebieten, Brückengebieten, Stein. Es ist einfach geil. Es ist wirklich einfach schön. Und die Kulisse ist cool. Also es ist wirklich ein Träumchen, das auch einfach anzugucken. Ist einfach cool. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich finde es schöner. Also ich fand letztes Jahr die Location geiler, weil es ja so nicht Dschungel war, verstehe ich mich nicht falsch, aber so ein bisschen halt exotischer war mit Palmen und so. Das schwein ich natürlich jetzt nicht so. Aber von den Gewässern her fand ich das diesmal schöner. Okay. Und auch die ganzen Regeln, ich glaube, wir kriegen sie alle nicht hin, weil es sind echt viele Regeln. Dafür braucht man Abitur. Wir probieren es gleich mal, ja. Aber auch, also wirklich, ihr wisst, ich bin immer super kritisch bei Hecht und Barsch. Das ist, aber diesmal muss ich sagen, ich habe nichts zu meckern. Ich fand, und ich habe, wo weiß ich gesagt habe, XXL vor, ich so, oh scheiße, jetzt ist mir da zwei Stunden, ey. und hören dann irgendwie Leuten zu, die dann nichts fangen und dann jammern sie eine halbe Stunde, musst du wieder angucken und wir können ja im Live-Chat auch nicht auf zweifache Geschwindigkeit machen. Da fanden wir so, boah, der Abend ist gelaufen, da noch so lange, aber überhaupt nicht. Schnitt, topnotch, super Einstellung, echt nichts zu meckern. Fand ich alles geil. Am Ende wurden auch so viele Fische gefangen, Alter, da war schon irgendwie so, okay, da wird wieder ein Fisch gefangen. So ungefähr war es, ey. Wir haben auch ja auch nichts Gespräche geführt. Ja, stimmt, Alter. Bis der Chat gemeckert hat. Aber lass mal kurz auf die Regeln zu kommen, da seht ihr auch schon das Scoreboard, da seht ihr so, wie ist der erste Tag natürlich. Dustin dabei, Ton dabei, Patrick Marable dabei und Florian Hasseflug dabei und wir haben jeweils die ersten fünf Zielfische, sind zwei Black Bass, zwei Zander und ein Hecht, weil der normale Flussbarsch fällt weg aufgrund des Black Basses und dann hat man noch drei Various Fische, die man da wie erst kennt, wenn man einen Zielart voll hat, kann man mit Various Fisch da einen Fisch reinballern. Dann hat man fünfmal Topwater Punkte, die man mitnehmen kann. Dustin hat ja schon volle Punktzahl mit 50 und man kann noch eine Bar befangen als Bonusfisch und wie viele Punkte die er verbringt, habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, zehn oder zwanzig und der Rest sind Explorer Points, das heißt, die müssen von vier Gewässern an drei Gewässern an drei Gewässern müssen die Fisch fangen, also maßigen Fisch fangen, das ist richtig maßigen Fisch, nicht irgendeinen Fisch, sondern maßigen Fisch. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es das nochmal 25 Punkte gibt und 25 die Barbe. Sorry Leute, aber es war einfach... Es war viel. Es war viel. Da sind sie vier Tage vor Ort, am ersten Tag durften sie nur scouten, nicht angeln und dann am zweiten Tag ging es los mit Angeln und dann haben wir jetzt drei Tage Angelzeit für das Finale. Und da haben wir noch drei Folgen, also die erste hatten wir jetzt, die XXL-Folge, dann kommt jetzt eine am 17. nächsten Sonntag und dann, ich weiß nicht, ob es genau genau am Heiligabend eine kommt oder nicht oder am ersten Weihnachtsfeiertag, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall da um den Dreh. Ja, also weiß man nicht sicher, aber wir können euch schon mal sagen, am Weihnachten gibt es keinen Livestream und keine Folge, sondern wir werden es ein, zwei Tage danach machen, weil wir haben halt Family auch da. Genau. Wir können uns da Schlechtheit hinsetzen und dann am Heiligabend. Also ich werde wahrscheinlich live gehen irgendwann abends, werden alle schlafen und so. Einfach nur für die Leute, die auch für Weihnachten nicht irgendwie Miel da haben oder sonst irgendwas. Das können wir ja gucken, je nachdem wie spät es ist. Genau, da können wir ja noch mal spontan schnacken. Einfach, ne? Auf jeden Fall. Aber jetzt lass mal reingehen, Finale, Alter. Genau, lass uns am Anfang anfangen. Also ich habe ja eine Verschwörungstheorie. Also Leute, alle Hüte aufsetzen. Hecht und Barsch, sabotiert Dustin Schöne. Achso, stimmt. Ja, Alter. Was war da denn los? Also wir gehen fest davon aus, dass das Tony sich denkt, nein, wir wollen nicht, dass der Dustin Schöne gewinnt. Deswegen geben wir ihm das Schlechteste der Autos, weil der hatte gleich einen Platten am Anfang. Natürlich zufällig. Zufällig. Da hat keiner mit dem Messer reingestochen. Nein, 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 nein. Manche Leute sagen, dass Pig L das war, ja, also, der übrigens auch da war, so entstehen Verschwörungstheorien. Da war das große Auge, ja, und das heilige Spaghetti-Monster. Nein, Mensch, also erstmal war es ein Auto im Arsch. Also natürlich war es nicht Hecht und Barsch, sondern es war halt einfach kaputt, Team Chaos. Dann kauft er sich eine Sonnenbrille. Nee, dann muss er erst mal tanken, aber warum muss er tanken? Weil das Versatzauto, was er bekommen hat, war leer. Also er ist mal zum Tanken gefahren, ja, alles während der Laufzeit. Und dann hat er seine Brille vergessen, die wollte ihn dann, ich glaube, Florian noch nachbringen. Dann hat er sich aber in der Tankstelle eine gekauft, die er dann im ersten Gewässer gleich wieder verloren hat. Ja. Er hat also bei praller Sonnenstelle die ganze Zeit in die Sonne geguckt und hat wahrscheinlich keinen geilen Namen gehabt. Der Sonnenbrand aus der Hölle und wahrscheinlich tat ihm die Augen weh. Ich hoffe, er hat einfach genug Sonnencreme dabei und hat die nicht auch noch verloren gehabt, ey. Das ist ja echt zu wild gewesen, ey. Also es hätte einfach nur noch gefehlt, dass er wieder Schlüssel irgendwo reinwirft, ja. Achso. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Mal gucken, was da passiert. Mal gucken, was da passiert. Ohne Witz, ey. Aber dann haben sie alle ihr Gewässer gefunden. Flo hatte ein richtig geiles Gewässer mit so viel Schatten. Dustin hatte sich an so einer Klippe positioniert mit so einem kleinen Brückenpfeiler. Marable als auch Ton hatten eher so offene Gebiete, wo sie gefischt haben. Oder Ton mit mehr so Klippen und Flo war dann und Marable war da eher so ein offenes Gebiet. Und dann ging es tatsächlich recht schnell ab, ey. Dustin direkt mit so einem First Blood Fisch, Alter. 96er Hecht. Kann ich euch schon mal den Scoreboard kurz zeigen. Und wenn ihr schon das Scoreboard seht, dann seht ihr, dass es wirklich ein Ausnahmefisch ist. Denn diese Hechte da sind wirklich nicht so leicht zu fangen. Ja, allein Hechte ist schwer zu fangen. Außer Dustin hat keiner mehr als zwei, glaube ich, gefangen. Dustin hat ja noch eine Bewertung geworfen. Wirklich ein seltener Fisch da wahrscheinlich eher. Also von dem her gut. Also Dustin, glaube ich, hat sich da sehr vorgewagt. Genau. Wie eine 96er und sonst auch recht gute Fische, muss man sagen. Und dann hat Flo direkt auch da direkt mit angefangen und direkt so einen riesen Bass gefangen mit einem 44er war das, glaube ich. Heftiger, heftiger Bass auf jeden Fall. echt richtig krass. Ja, und so ging es dann auch erst mal weiter mit Ton und Dustin und Flo am Anfang. Patrick hat nichts gefangen. Was? Patrick hat am Anfang nichts gefangen. Nee, Patrick hat nichts gefangen. Und da hatten wir auch schon gedacht, ey, ist Patrick jetzt komplett verkopft in diese Sache und redet sich da jetzt so rein, dass es vielleicht gar nichts mehr wird und er so das Déjà-vu Erlebnis vom letzten Finale hatte. Denn wenn ihr euch zurückerinnert, erster Tag, Patrick Marable, letztes Finale, ist er als Schneider nach Hause gegangen. War natürlich auch schon ärgerlich. Und Patrick hat dann wirklich mit sich gerungen. Hat auch immer wieder, weil natürlich die beschüsse WhatsApp-Gruppe läuft. Das heißt, der war auch wirklich, also ich habe schon so in der ersten Stunde gedacht, scheiße, das war es für Patrick, sei für das Turnier. Weil wenn er jetzt nicht irgendwie das kaputt redet, dann wird das nicht. Hat auch viele Spot-Wechsel gehabt, hat auch da nichts Richtiges gefangen, erst mal im letzten Spot, dann eins nach dem anderen und das Scoreboard am Ende sieht nicht so aus wie das Scoreboard in der Mitte der Folge. Also das war wirklich nochmal ein krasser Nachmittag für Patrick, ein beschüssener für Florian. Florian hat dann gar nichts mehr gefangen, der hat fast eine Barbe auf sich gefangen. Oh ja, das war spannend, aber die hat dann abgedreht leider, hat dann wirklich die Fliegenroute rausgeholt und das ist ja wirklich wie Tanzen, wie Kunst sah das aus. Das ist ja richtig geil, Alter, richtig geil. Ja, Flo hat dann stark angefangen, aber dann auch genauso stark wieder nachgelassen. Mal gucken, wie das dann am zweiten Tag endet und Patrick hat auf einmal richtig angefangen zu angeln. Hecht, Zander, die Basses haben auf einmal gebissen und das hat dann Marable dann noch direkt wieder auf den dritten Platz katapultiert. Beide mit jeweils fünf Fischen auf dem Board, wobei jeweils Ton und Dustin jeweils schon das komplette Scoreboard haben. Das sind auch schon mit fünf, den fünf Top-Water-Punkten und ja, den größten Hecht und Ton hat sogar den größten Zander, glaube ich, gefangen. 65er, ne? Ja, den größten Zander des Turniers im Moment. Genau. Da bin ich mal gespannt, was da dann am zweiten Tag noch passiert. Noch keiner hat die Explorer-Punkte und noch keiner hat die Baben-Punkte. Also es wird echt noch spannend. Ja, und Ton fehlt halt noch zwei Top-Water. Also auch da hat er gleich wieder 20, dann wäre er bei 610 und natürlich ist es für Dustin der hechtende Bank. Also das ist einfach ein Punkte-Bonus, den man schwer aufholen kann. Oh ja. Aber natürlich hat er noch mit 37 einen recht kleinen Schwarz-Barsch, wo man mal auch sagen muss, die von Thron sind noch kleiner. Aber auch da kann er eigentlich noch drüber gehen. Bei den Zander, ich habe es zu dem Livestream gesagt, sehe ich nicht viel Verbesserungspotenzial. Du musst die erst mal fangen. Die Zander sahen jetzt auch nicht so leicht zu fangen aus, ehrlich gesagt. Das war jetzt nicht irgendwie, also ich habe das Gefühl, Bass gibt es am meisten da irgendwie, danach Zander und dann ganz wenig Hecht. Also auch da den 60er, 65er Zander zu fangen, wird schwierig. Also ich sehe auch keine, dass wir wieder so ein richtiges Scheiß-Board für Dustin werden, weil du das nicht richtig verbessern kannst. Das ist ein mega geiles Board, aber es wird super schwierig sein. Er kann eigentlich nur größere Basses fangen, also irgendwie 40er-Basses, bringen aber jetzt auch nicht mehr so viele Punkte, also selbst ein 40er bringt ihn natürlich 10 Punkte. Ja, aber er muss auf jeden Fall auf die Bonuspunkte gehen, er muss auf die Barbe gehen, etc., dass er sich da den sicheren ersten Platz sichern kann. Ich glaube, ohne Barbenpunkte kann das ganz schnell gehen, dass er den Platz an Ton oder jemand anderen verliert. Ja. Also da bin ich zum ersten Mal bei Dustin, der sich nicht 100% sicher ist, ob das alles so stabil ist, weil das sieht stabil aus, es hat so eine gewisse Sache, dass es einem, ja, 651 Punkte, aber diese frechen 100 Bonuspunkte sind halt heftig. Ich glaube, es sind 100, vielleicht sind es auch nur 90 Leute, sagt uns gerne nochmal die Regeln im Chat, dass wir es nochmal auf schwarz auf weiß haben, wie ihr es verstanden habt. Auf jeden Fall. Da kann er auf 700 Punkte durch Bonuspunkte kommen, dann vielleicht nochmal 10 mit einem geilen Barsch und ich glaube, dann hat er es auch langsam in der Tasche. Aber genauso Patrick, also das Thema, sie haben ja noch zwei Tage, habe ich schon nicht lief verstanden, ne? Genau, zwei Tage noch, Da kann halt alles passieren. Ja, genau, deswegen war erster Tag, deswegen braucht man gar nicht. Was wir noch hervorheben können, ist nochmal, dass nochmal, was man immer wieder erwähnen muss, ist einfach dieser Fairplayer, Patrick Marabe. Erstmal Fairplayer gegenüber dem Fisch, wo er nicht weiß, wie tief es da eigentlich ist, er hat die steile Kante gesehen, wollte er nicht runterfischen, weil er dachte, es geht über 10 Meter und wollte da den Fisch dann nicht verwerten, falls er da einen fängt, weil er dann oben an der Oberfläche, wenn er hochgepumpt ist, aufgrund des Drucks sterben könnte und dann einmal, als es zum Messen ging, wollte er die Schwanzflosse nicht squeezen, so dass es über den Aufrollpunkt geht, hat er gesagt, ne komm, ist ja einfach knapp an der Anhalbmarke, das bleibt die in dem Mass, ey, einfach top, muss man nochmal sagen. Gute, wenn man Fairplayer-Punkte geben könnte, Marabla hat sie hier mit, Marabla hat sie hier mit. Auf jeden Fall. Ansonsten bin ich gespannt, was da noch passiert, wer hält die Sonne aus, muss irgendwer einer den Geist aufgeben, weil es echt krass, die Sonne knallt ja, die wird reflektiert vom Wasser, wird reflektiert von den Steinen, das sind ja wirklich heftige, heftige Hitzekessel, wo die da angeln. Ja, und wir hatten eine große Diskussion wegen UV-Shirts und so, mir war es auch gar nicht so klar, das ist, also ich bin immer davon aus, geh, hey, mir so ein T-Shirt oder so, solange es halt irgendwas bedeckt, geht es nicht durch, aber scheinbar UV-Shirts geht das schon durch und ich glaube, da ist es schon heftig und es kann ja ganz schnell sein, dass sie einen Sonnenstich kriegen. Also, vor allem, es war halt spannend zu sehen, Ton und Dustin waren, als ob sie im Urlaub waren, also schön kurze Hose, ich weiß gar nicht, ob Tony kurze Hose hat, Dustin hat auf jeden Fall eine kurze Hose und einfach nur ein Shirt angehabt und die anderen zwei waren wie vermummte Gorilla-Kämpfer da irgendwie rumgelaufen, wirklich hier, Face Shield, alles hoch, hinten zu, Long Sleeve, lange Hosen oder zum Beispiel Florian mit so einer, es ist keine Ski-Unterwäsche, Leute, ich weiß schon, aber wie so eine Ski-Unterwäsche, so eine, wie so eine Leggings, war aber kein Leggings, so ein UV, ich weiß nicht, wie das heißt, schreibst du mal in den Chat, wie das heißt. Ja. Auf jeden Fall, der war wirklich UV-mäßig eingepackt und du hast das gesehen bei Dustin, der Ding ist halt rot und mach das mal drei Tage mit Sonnenbrand auf, weil die Sonnencreme wirkt ja dann auch nicht mehr richtig, also ich würde mich nicht wundern, wenn jemand ausfällt und vielleicht einen Tag mal nicht mitfischen kann oder so, weil er einfach, weil wir haben, glaube ich, ich weiß nicht genau, wann es aufgenommen worden ist, aber wir haben gehört, das war nach der Schonzeit, war YPC Bank, lass es da einen Monat gewesen sein, dann ist das Juni und Juni, gut, war glaube ich ganz heiß letztes Jahr, aber trotzdem so eine Klimaänderung, wo du, weil auch das hat sich auch ein bisschen im Chat erwähnt, also die waren jetzt nicht da irgendwie groß vorne da oder so, sondern die sind dahin und jeder, der schon mal im Urlaub war in irgendwie so ein Land, also ich kann mich noch an die Türkei erinnern, bei 40 Grad im August, da brauchst du erst mal zwei Tage, bis sich dein Körper irgendwie so halbwegs an die Hitze gewöhnt und da war ich nur irgendwie rumgelegen und hab Cocktails geschlürft, dann ackert da mal, die ackern ja acht Stunden, das ist ja nicht irgendwie, dass sie Ansatz angeln oder so, dass sie sich irgendwie hinsetzen mit einem Bierchen, sondern du hast ja gesehen und der Duster ist ja wirklich ein trainierter Mensch, aber der war am Schluss auch immer wieder angelehnt oder irgendwo gesessen oder so, also gefühlt haben die auch so lange gepfischt, also kam auch aufgrund der Länge des Videos natürlich so rüber, hat natürlich die begrenzte Angelzeit, aber ja, Duster und Marable sahen schon sehr, sehr, sehr versonnenbrandet aus und so ein Sonnenstich ist natürlich auch nicht ohne, wenn er den mal kriegt, deswegen muss man da gut aufpassen, ich hoffe, da ist natürlich nichts passiert, aber könnte vielleicht ein ausschlaggebender Punkt sein, der am Ende auch Konzentration und Kraft und Ausdauer etc. mit in Betracht zieht. Auch für die kommenden Tage, also ich glaube, das ist ein ziemlich heftiges, körperliches Finale, weil das am Schluss vielleicht nicht nur die anglerische Klasse irgendwie zählt, sondern auch an sich das ganze Körperliche, wer ist körperlich, wer packt das und das hast du mit Marable, einen Deutsch-Engländer, glaube ich, ich bin mir nicht ganz, er ist glaube ich deutsch, aber hat auch einen englischen Pass oder so, also ist jetzt auch nicht, glaube ich, gerade so 40 Grad gewohnt, Florian ist, glaube ich, komplett deutsch, also der ist das auch nicht gewöhnt, Dustin auch nicht und Belgier sind, glaube ich, jetzt auch nicht so sonnenverrückt, also ich glaube zum Beispiel, dass ein Big L da vielleicht besser klarkommt mit, weil er öfters im Urlaub ist und öfters bei der Familie vielleicht ist. Aber ein Big L fischt nicht mit. Ich weiß schon, aber ich sage ja, aber so jemand wie ein Big L hätte da vielleicht jetzt gerade einen Vorteil, weil er vielleicht besser mit dem Klima klarkommt als vielleicht ein Belgier und ein Deutscher. Ja, 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 auf jeden Fall. Also wenn du überlegst, wenn wir zwei irgendwie da bei 35 Grad in der Sonne, dann würden wir nicht lange angeln. Das stimmt, das stimmt. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, ich muss zum Kind. Ich muss zum Kind. Ich hoffe, wir haben auch schon das meiste gesagt. Schreibt mir die Kommentare, was ihr von der ersten Final-Folge gehalten habt. Haben euch die zwei Stunden gefallen? Was denkt ihr, was in den nächsten zwei Tagen passiert? Seid im Livestream dabei, nächsten Sonntag haben wir wahrscheinlich auch Patrick Marable zu Gast. Da werde ich ihm gleich noch eine Audio droppen. Jetzt ist es auf jeden Fall angeboten, freue ich mich sehr. und Daumen nach oben, Abo dalassen und falls ihr was habt, der gespielt hat, alle wichtig, bleibt gesund und die letzten Worte hatten wir freuen. Turkelton. Ich muss ein bisschen Werbung machen, Leute. Ich habe ein Gewinnspiel auf meinem neuen Instagram-Profil MrTurkeltonFishing. Wir können es bestimmt irgendwie unten in die Kommentare. Pack ich unten in die Infobox, ja. Da könnt ihr MrTurkelton-Spoon plus ein paar Angelköder gewinnen. Würde mich sehr freuen. Der nächstes Jahr ist mehr Angel-Content geplant. Das ist natürlich einfach zu sagen, wenn man 2023 gar nicht am Wasser war. 2024 wird besser. Ich habe gesagt, wenn er wirklich noch dieses Jahr einen Fisch fängt, kommt er in die Angel-News. Kommt er in die Angel-News. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt es hier auch gehört. Ihr habt es hier gehört. Ihr habt es gehört. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, Leute. Bis Sonntag. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017